Als Geschäftsleitung eines kleineren oder mittelständischen Unternehmens möchte ich genau wie der Vorstand eines börsennotierten Konzerns den Wert meines Unternehmens kennen. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Bewerten bedeutet vergleichen. Aber wie kann ich den Wert meines Unternehmens schnell und valide bestimmen, obwohl es nicht börsennotiert ist? Die Lösung heißt Evaluation. Evaluation ist eine cloudbasierte Online-Plattform für Unternehmensbewertung und Benchmark-Analyse. Durch die Eingabe der Finanzdaten Ihres Unternehmens führen Sie mit Hilfe von Kapitalmarktinformationen eines weltweiten Datenpools und anerkannter Bewertungsmethoden Ihre eigene Unternehmensbewertung und Benchmark-Analyse in nur wenigen Schritten durch. Benchmarking heißt Lernen von der Branche. Die eigenen Kennzahlen werden mit branchenspezifischen Unternehmen verglichen, um Best Practices zu identifizieren. Diese können auf die eigenen Belange angepasst und umgesetzt werden. Steigern Sie so die Performance und den Wert Ihres Unternehmens. Mit Hilfe des Benchmarkings, der Unternehmensbewertungstipps und der regelmäßigen Aktualisierung Ihrer Finanzdaten können Sie Ihren Unternehmenswert optimieren. So können Sie einfach und bedarfsgerecht einen zuverlässigen Unternehmenswert ermitteln. Evaluation – der Beginn der digitalen Unternehmensbewertung.